Untertitelung des ZDF, 2020 Otto-Motoren benötigen einen Zündfunken, um ihre Antriebskraft zu entfalten. Die NGK Zündkerze, ein auf den ersten Blick unscheinbares Hochleistungsbauteil, dessen Zündfunke ihren Motor zuverlässig zum Laufen bringt. Langlebigkeit, eine konstante Leistungsabgabe und die komfortable Laufruhe des Motors geben dem Fahrer ein sicheres Fahrgefühl. Die NGK Zündkerze besteht aus 10 hochwertigen Einzelkomponenten, die in der Summe für optimalen Kraftstoffverbrauch sorgen. Ansaugen, verdichten, arbeiten und ausstoßen. Bei einem Wechselintervall von 60.000 Kilometer muss eine NGK Zündkerze pro Minute zwischen 500 und 3500 Mal zuverlässig ein Zündfunken zum richtigen Zeitpunkt reproduzieren. Eine enorme Performance, die von modernen Zündkerzen abverlangt wird und eine aufwendige Ingenieurleistung voraussetzt. Die Entwicklung neuer Zündkerzen ist stets eng mit der aktuellen Motorenentwicklung der Automobilhersteller verbunden. Parallel zu jeder Neuentwicklung eines Motors wird Schritt für Schritt die passende Zündkerze entwickelt. Sichere, effiziente, zuverlässige Bauteile exakt abgestimmt auf das Fahrzeug und den jeweiligen Motorentyp. Auf Herz und Nieren geprüft, von der Prototypenentwicklung über aufwendige Tests, Schritt für Schritt bis zur perfekten, serienreifen NGK Zündkerze. Forschung und Entwicklung sind die Grundlage für Produktinnovationen. So kommen bei unseren Zündkerzen immer wieder neue Materialien und Fertigungstechniken zum Tragen, die NGK Zündkerzen noch leistungsfähiger und langlebiger als zuvor machen, damit unsere Kunden weltweit das beste Produkt erhalten. Ein alltägliches Erlebnis. Schlüssel umdrehen, der Motor startet. Ein Vorgang, von dem kaum jemand mehr Notiz nimmt. Doch mit jedem Startvorgang entsteht der zuverlässig zündende Funke der NGK Zündkerze und sorgt so für Ihre Mobilität. Untertitelung des ZDF, 2020